Musik Hallo, herzlich willkommen in unserer Kochwelt. Ich habe heute ein leckeres Rezept für euch. Es gibt nämlich Fingerfood. Und ich habe mir gedacht, dass ich dieses Jahr einfach zu Silvester so ein paar Fingerfood-Rezepte mache. Und das geht natürlich nicht nur zu Silvester, sondern zu jedem Anlass. Aber ich finde, dieser Anlass eignet sich einfach hervorragend, um euch da so meine Lieblingsrezepte mal zu zeigen. Und ich mache jetzt heute so leckere Hähnchenspieße mit einem Mango-Chutney, also wo man dann das Hähnchen so ein bisschen reindippen kann. Und deswegen werde ich jetzt zuerst mal dieses Mango-Chutney zubereiten, weil das so etwa 40 Minuten lang kochen muss. Und das mache ich jetzt einfach mal kurz und zeige euch die Zutaten. Machst du wieder Quatsch? Wir brauchen dafür eine Mango, eine Zwiebel, eine Paprika, ich habe hier noch eine Knoblauchzehe und ein Stück Ingwer. Hier habe ich 40 Milliliter Wasser, 50 Milliliter Essig, da habe ich jetzt einen weißen Balsamico-Essig genommen, Salz und Pfeffer und auch noch andere Gewürze. Ich habe hier noch Chili, zwei Teelöffel Currypulver, zwei Teelöffel Paprikapulver, das ist ein edelsüßes. Hier habe ich zwei Lorbeerblätter. Hier habe ich Anis und Kardamom, davon brauche ich jeweils eine Prise. Einen Teelöffel Zimt, drei Nelken und ich werde das Ganze noch mit diesem Granatapfelsirup etwas abschmecken. Und zwar ist es ein Sirup, der ist schön sauer, aber so ein bisschen auch süßlich und bei uns benutzt man das ganz gerne für Salate zum Beispiel. Ich benutze es auch für meinen Bulgursalat und dieser Granatapfelsirup, das ist jetzt der von Waktat. Der ist einfach von der Konsistenz her so wie Balsamico-Creme, aber eben geschmacklich so ein bisschen fruchtiger, würde ich jetzt mal sagen. Gut, und weil mich immer alle fragen, wie ich meine Gewürze einkaufe und wie ich sie portioniere, also bei uns wird Chili zum Beispiel sehr viel konsumiert, deswegen kaufe ich Chili immer in so einer großen Packung und fülle mir das dann einfach in meine kleine Packung um. Aber die Gewürze gibt es auch in handelsüblichen Größen. Ich habe jetzt hier beispielsweise Zitronensäure, ist zwar kein Gewürz, aber das sind so die normalen Gläschen, die haben 140 Gramm und die Großpackung sind 450 Gramm. Und übrigens gibt es diese Gewürze auch ab Januar bei mir im Shop zu kaufen und da freue ich mich schon richtig drauf, weil ich ja so ein Gewürzmensch bin und mit ganz vielen Gewürzen arbeite und da gibt es dann einfach so ein paar Sets. Der ist mal nur so am Rande bemerkt. So, ich werde jetzt meinen Chutney vorbereiten, habe jetzt hier eine Pfanne. Wie heißt das? Ein Chutney. Okay, Chutney. Das wäre schon mal gegangen. Ja. Und nehme jetzt meine Zwiebel und werde sie fein würfeln. Warum heißt das eigentlich Chutney? Wo kommt das so her? Ja, das ist halt so eingekochtes und das kannst du dann als Dip benutzen oder als Grundlage für weitere Soßen. Man kann das einfach in Marmeladengläser später abfüllen und das ist dann auch echt für richtig lange haltbar. Bestimmt ist das ungerisch schwäbisch und ich habe dir wieder den Namen mit umgetauscht. Bestimmt, Morat. Ich finde das wieder raus. Nein, warte noch nicht. So. Jetzt wird die Zwiebel fein gewürfelt. Ich mache das jetzt einfach kurz in dem Gerät, weil es super schnell geht, aber geht natürlich auch mit einem Messer. Und jetzt wird noch die Paprika gewürfelt. Ich bereite mir jetzt erst mein ganzes Gemüse vor und starte dann erst mit dem Anbraten. Und da gibt es einen Trick. Ihr könnt da einfach mit beiden Daumen eindrücken. Mami, wenn dieser Messer rot ist, dann müssen wir die hier mit zwei Rot schneiden. Rot mit Rot schneiden. Genau. Und dann kann ich ganz einfach die Paprika halbieren und habe praktisch den Strunk sofort entfernt. Und die Paprika wird jetzt auch fein gewürfelt. Und bei der Mango gibt es jetzt verschiedene Techniken, um die Mango zu schälen und zu würfeln. Ich zeige euch jetzt mal eine. Man nimmt einfach ein großes Messer und fährt da oben rein. Und jetzt merkt man irgendwann den Widerstand vom Kern und fährt einfach rechts oder links davon vorbei. So. Dann habe ich jetzt hier praktisch noch den harten Kern und hier schon mal eine Hälfte. Und die kann ich jetzt mit einem Messer würfelförmig eben einritzen. Bitte auf die Hände aufpassen. Also da müsst ihr eigentlich ein bisschen aufpassen, dass die Schale jetzt nicht zerstört wird. Und dann kann man nämlich ganz einfach mit dem Messer hier unten an der Schale entlang und kann so die Würfelstückchen runterschneiden. Ich habe jetzt das Obst und Gemüse vorbereitet und jetzt können wir mal direkt aufs Anbraten gehen. Und jetzt gebe ich jetzt ein bisschen Olivenöl hier in meine Pfanne. Ich brauche so etwa 1-2 Esslöffel, das reicht schon. Und da gebe ich jetzt die Zwiebelwürfel mit dazu. Mal ganz kurz. Und die dünsten wir jetzt hier einfach so 1-2 Minuten lang, bis sie so ein bisschen glasig sind. Und jetzt gebe ich die Knoblauch- und Ingwerwürfel mit dazu und lasse sie noch mal so etwa eine Minute mit dünsten. Ihr müsst da jetzt halt aufpassen, dass die Zwiebel euch nicht verbrennen, also am besten so auf mittlere Stufe. Und jetzt kommen noch alle Gewürze mit rein, nur das Salz noch nicht. Kommen alle Gewürze rein. Auch die Lorbeerblätter. Eine Prise Anis und Kardamom. Ich mache das, ich mache das. Und dann nur eine ganz kleine Prise. Und das löschen wir jetzt gleich mit dem Wasser und mit dem Essig ab, damit uns die Gewürze nicht verbrennen. Hier noch ordentlich Pfeffer. Du kannst mal rühren, genau. Und auch ein bisschen Chili. Nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Genau. Und hier gebe ich jetzt meine Mango-Würfel und meine Paprika-Würfel mit rein, damit das jetzt hier richtig schön kochen kann. So. Mango hätte ich jetzt auch ein bisschen kleiner machen können, aber die ist ja sowieso von Grund her so ein bisschen weich. Jetzt auch noch Paprika. Dann nehme ich jetzt aber nur die Hälfte. Und wir nehmen noch einen Schluck von unserem Granatapfelsierup. Mama, das ist lecker. Für die Säure und für dieses fruchtige. Das muss jetzt so etwa 40 Minuten lang oder 30 Minuten lang köcheln. Und wenn das... Kochen! Kochen! Und wenn ihr merkt, es ist zu wenig Flüssigkeit drin, könnt ihr da einfach mal ein bisschen Wasser dazugeben. Und während das Ganze hier kocht, werde ich schon mal die Marinade für das Hähnchen machen. Während dieses Chutney hier noch kocht, werde ich schon mal mein Hähnchen einlegen. Und zwar habe ich jetzt hier Hähnchen-Innenfilets. Ihr könnt aber auch Hähnchenbrust nehmen. Und diese Marinade, die eignet sich eigentlich für alles, was ihr mit Hähnchen machen wollt. Also auch Schenkel oder Flügel, alles Mögliche. Und ich habe jetzt hier etwa 400 Gramm. Und für die Marinade brauchen wir etwas Sojasauce. Ich habe jetzt hier zwei Esslöffel. Ihr könnt aber bis zu sechs Esslöffel nehmen. Einen Teelöffel Sambal Olek. Das ist so eine asiatische, so eine Paste, die sehr scharf ist. Gibt es in der exotischen Abteilung, in der internationalen oder in der asiatischen. Und man kann auch Harissa dazu nehmen. Ja, Harissa kann man auch nehmen. Hier habe ich zwei Teelöffel, äh, ich meine zwei Knoblauchzehen. Die habe ich schon fein gehackt. Ich brauche zwei Esslöffel Honig. Etwas Salz und Pfeffer. Und hier habe ich noch etwas Tomatenmark. Das ist jetzt für türkische Verhältnisse eine ziemlich kleine Verpackung. Aber die gibt es auch in kleineren Verpackungen. Das ist jetzt eine Verpackung von Bagdad. Und die nehme ich halt immer ganz gerne, weil sie hier in der Dose ist. Ich kann einen Deckel drauf machen und es einfach verstauen. Meine Mama oder meine Schwiegermama, besser gesagt, die hat immer so ein fünf Kilo, gell? Fünf Kilo hat die immer. Ja, die machen alles. So ein Riesenkanister. Weil in der türkischen Küche benutzt man eigentlich für jedes Rezept Tomatenmark. Also da wird alles mit Tomatensoße gemacht. Jede Suppe, jedes Hauptgericht und jede Vorspeise. Wir haben alle alles mit Tomatenmark gemacht. Die Haare geschmiert, die Schuhe geputzt, alles mit Tomatenmark. Das haben wir natürlich nicht. Ah, und was ich ganz vergessen habe, wir brauchen natürlich auch Olivenöl. Ich habe das hier jetzt schon reingegeben, das sind sechs Esslöffel. Und jetzt nehme ich einfach meine anderen Zutaten und gebe die mit dazu. Hier noch Sambal-Olek. Wer es gern schärfer möchte, nimmt einfach ein bisschen mehr. Dann die Knoblauchzehen. Also ich finde es auch besser, wenn man ein bisschen mehr Sojasauce mit drin hat. Aber die gingen mir leider gerade aus. Und deswegen nehmen wir einfach ein bisschen weniger und würzen es einfach stärker mit den anderen Sachen. Und das ist übrigens etwas, was man auch vorbereiten kann. Also ihr könnt diese Marinade bereits einen Tag vorher machen und euer Hähnchen schon einlegen. Dann zieht es nämlich die Marinade richtig gut auf und hat den Geschmack aufgenommen. Und am nächsten Tag könnt ihr dann einfach nur noch euer Fleisch braten und dann seid ihr im Prinzip auch schon fertig. Das Chutney kann man nämlich auch vorher vorbereiten. Und jetzt verrühre ich das alles miteinander. Jetzt gebe ich hier das Fleisch mit rein. Und hier drin, hier riecht es schon richtig exotisch und orientalisch. Ich finde, das Ganze hat so ein bisschen so einen indischen Touch, aber irgendwie auch einen asiatischen. Also irgendwie, ne? Ja, oder... Das Chutney. Mein Fleisch ist jetzt mariniert und ich lasse es jetzt einfach abgedeckt noch im Kühlschrank ein bisschen stehen. Denn ich möchte später das Chutney kalt benutzen und werde dann das Fleisch eben so etwa in einer Stunde anbraten. Und kann das jetzt einfach kurz wegstellen. Ich habe jetzt hier bereits mein Mango-Chutney umgefüllt und habe es natürlich auch vorher noch gesalzen. Das darf jetzt hier einfach ein bisschen abkühlen und ich kümmere mich jetzt um das Fleisch. Das werde ich jetzt kurz aufspießen auf so Schaschlik-Spieße. Man kann es aber auch einfach so anbraten. Also das ist jetzt nicht wichtig. Ich steche jetzt einfach einmal hier durch. Und... Hier auf der anderen Seite wieder raus. Und ich spieße da jetzt zwei Stück drauf und schneide es einfach gleich in der Mitte durch. Und dann werden die Spieße in der heißen Pfanne, einfach ohne Fett, weil wir haben ja da schon Fett drin, für etwa drei Minuten auf jeder Seite gebraten. Also so zwei, drei Minuten. Beim Braten müsst ihr beachten, dass die Spieße oder dass dieses Fleisch mit Spieß etwas länger braucht. Und das Fleisch ohne Spieß ist in etwa zwei bis drei Minuten auf jeder Seite fertig. Aber durch den Spieß kann er das Fleisch nicht direkt auf die Pfanne. Und deswegen dauert es da so etwa fünf, sechs Minuten pro Seite. Und ich habe die jetzt hier schon mal alle fertig und habe hier angefangen, meine Portionen aufzuteilen. Das soll ja Fingerfood werden, für zum Beispiel eine Silvesterparty. Und deswegen machen wir jetzt hier so kleine Portionen. Ich nehme da jetzt einfach so kleine Weckgläser und kann die dann einfach auf mein Buffet zum Beispiel stellen. Und merke jetzt schon wieder, einfach ist immer mein Lieblingswort, aber es ist wirklich einfach. Und jetzt kann man einfach diese Hähnchenspieße hier zum Beispiel so drüberlegen. Und dann können sich die Gäste den Spieß zum Beispiel nehmen, in die Soße reindippen. Oder, das geht natürlich auch ohne Spieß, aber dann werden halt die Finger ein bisschen schmutzig. Kann man auch ohne Spieß drauflegen. Ups, das kleine Stück nehme ich kurz runter. Und ohne Spieß wird es dann so aussehen. Also geht beides. Weißt du gar nicht, Karima, was wünschst du hübscher? Mit oder ohne? Mit Spieß. Mit, gell? Den tausche ich jetzt auch kurz aus. Ich finde es auch mit Spieß hübscher. So. Und so sieht es doch schon mal richtig toll aus. Und ich finde, das ist ein richtig toller Hingucker. Und vor allen Dingen schmeckt es richtig lecker. Denn dieses Chutney schmeckt orientalisch, indisch, würzig, fruchtig, scharf. Was fällt dir noch dazu ein? Einfach lecker. Genau. Einfach lecker. Genau. Und das Fleisch schmeckt auch sehr würzig und ist einfach auch richtig schön saftig. Ich zeige euch einfach mal eins von innen. Ich beiße es einfach ab. Und da sieht man, dass es eben richtig schön saftig ist und vor allen Dingen die Marinade gut aufgezogen hat. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Nachmachen. Falls ihr dieses Rezept nachmachen wollt, ich würde es euch auf jeden Fall sehr empfehlen. Und dieses Chutney ist ja ein veganes Chutney. Ich habe ja nur vegane Produkte da drin. Und man kann auch ganz gut statt des Hähnchenfleisches einfach ein bisschen Tofu anbraten und dann dieses Chutney eben dazu nehmen. Und ich finde das Chutney auch so als Grundsoße richtig lecker. Man kann das zum Beispiel auch zu Lamm dazu reichen. Man könnte auch ein bisschen Sesam mit reingeben, dann wird es noch indischer. Also ich finde, da gibt es gar keine Grenzen bei diesem Rezept. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Ich würde ganz gerne wissen, was ihr euch vielleicht noch so zu Fingerfood wünscht. Oder ob ihr da spezielle Ideen habt. Oder zum Beispiel auch einfach Abwandlungen zu diesem Rezept. Und das Rezept gibt es dann zum Nachlesen auf sallys-blog.de. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis bald. Tschüss. Tschüss.